Die Tele-Club-Star-Highlights im November. Wir fangen am besten sofort an. Mark Wahlberg und Dwayne Johnson sind dicke Kumpels. Ich bin heiß! Dancer Washington hat ein Déjà-vu. Sie können damit in die Vergangenheit ziehen, hab ich recht? Anthony Hopkins ist ein ausgesprochener Feinschmecker. Guten Abend, Clarities. Michael Douglas hat eine Ameise. Ich brauche dich als Ant-Man. Sylvester Stallone hängt in den Bergen rum. Der Verschluss hält dich! Val Kilmer ist niemand. Mein Name ist August Christopher. Bei Dwayne The Rock Johnson bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich mach nur meinen Job, egal wo man mich braucht. Tom Cruise räumt auf. Ein bisschen eingerostet, Mr. Reacher. Und Uma Thurman spielt in der Mutter aller Kultfilme. Sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich. Sehen Sie die besten Stars in Action. Wow. Wow. Im November auf Tele-Club-Star. 1 1 1 1 Es 5 Abs interject 2 2 1 2 1 1